Wunderschönen guten Tag zusammen, hallo und herzlich willkommen. Es ist Zeit für COD. Heute spielen wir mit Jonathan, Bram, Sebastian und den Gästen. Danukat ist mit dabei und Terste ist auch mit am Start. Was müssen wir angreifen? Was müssen wir angreifen? Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Was? Okay, ich bin einfach weg. Ja, ich habe Terste und dann auf der Seite gefunden. Wer war das denn gerade? In der Runde hat jeder eingeholt. Sehr gut. So ein bisschen eingesteckt hast du auf den Leo. Ich war einfach engst und knackt. Als wenn ich dich nicht getroffen hätte. Ich hätte einen Hitmarker gehabt. Bram hat dieselben Perks drin wie ich. Alles blau aus? Hast du keine Treffer bekommen? Ich glaube mit der Alleyer. Ich habe Hitmarker bekommen. Warum hat das Ding nur sechs Zeichen? Ich habe Sorgen. Sechs Zeichen wird sechs Zeichen. Links unter der Map. Besteht eins von sechs. Wir spielen euch bis zwölf. Ja, ja. Bis zwölf oder maximal zwölf Runden? Keine Ahnung. Jungs, wir ballen die weg. Oh, das ist schlecht. Warum links einer? Ja, Leute. Was war das denn für ein Stunt? Alter, es gibt mal keinen Spring. Du kannst in alle Richtungen sliden. Du kannst auch nach hinten rennen. Zur Seite rennen. Ja, genau. Du kannst in alle Richtungen jetzt rennen und auch springen. Achso, verteidigen ist auch jede Runde wechseln. Wenn du dich hinlegst, kannst du in alle Richtungen gucken. Achso. Uiuiui, ich muss hier weg. Von hinten einer. Ähm, Asap. Oh Gott, ich werde attackiert. Da war einer. Wo oben jetzt? Oh, die ist gar nicht Autofeuer. Das war ein Autofeuer. Das war ein Autofeuer. Bei A? Oder bei B? Bei, was ist das B? Mhm. Ja. Bei B unten waren die. Die Zeit wird knapp. Reißt euch zusammen und sichert das Ziel. Ja, wir wechseln jede Runde die Seite. Das hat mich kurz verrückt. Warte, wechseln wir wirklich jede Runde? Ja, wir wechseln jede Runde die Seite. Dann würde ich neu starten, weil das haben wir umgestellt. Also vielleicht spielen wir auch deshalb nur sechs Runden. Abi. Lass uns wenigstens kurz testen, ob wir sechs Runden, also. Ja, aber ich habe ja eigentlich auch eingestellt, dass wir alle drei Runden nur wechseln. Vielleicht hat er das wieder nicht übernommen. Für den Terse. Autsch, Autsch, Autsch. Boah, richtig gut drauf. Ja, war nice. Volle Kanne, let's go. Ja. Das wird jetzt schon wieder, das sollte nichts sein. Ja, lasst das mal rein starten. Wie nehme ich euch denn jetzt mit? Schade. Einfach beenden den Server, glaube ich. Ich hasse das, dass du den Custom Games keine Settings mehr einsteckst. Also speichern kannst. Ja, dass du die nicht speichern kannst. Das ist halt wirklich nice. Ich hasse einfach gut. Danke. Wiederlager. So, Game Setup. Na, ist auf Default. Ja, super. Okay, Rundenlimit zwölf. Äh, switchen alle drei Runden. Aber Rundenlimit zwölf ist nicht äh, first to zwölf. Rundenlimit zwölf ist äh, max zwölf. Round Win Limit zwölf. Ja, genau. Wer zuerst zwölf Runden hat. Total Rounds required to win the match. Zwölf. Ja, das klingt. Achso, doch, ja. Das klingt schon richtig, ja. Klingt schon richtig. Ähm, aber gerade waren ja die Rounds starttime auch auf zehn Sekunden und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das zu lange dauert. Also, wollen wir das nochmal runterstellen? Wir stellen mal runter. Also, ich brauche da nicht ständig meine Klassen achten nochmal. Bomb und Defusion müssen wir nicht ändern. Player müssen wir, glaube ich, auch nichts ändern. Team hatten wir. Killcam off. Killcam off. Friendly Fire on. Ne, Ventrix in, ich glaube das letzte war Modern Warfare 2 Remastered, wo man ein Setting speichern konnte. Ja, dementsprechend oben zurück, Game Rules Custom, zurück und starten. Kann natürlich sein, dass da trotzdem wieder nur sechs Runden geht maximal, obwohl das eingestellt ist. Ja, aber wir haben auch jede Runde gewechselt. Ja, ja, das ist auch doof. Egal. 3, 2, 1. Wunderschönen guten Tag zusammen. Hallo und herzlich willkommen. Es ist Zeit für Call of Duty. Hallo Blackboard. Hallo Blackboard. Hallo Blackboard. Hallo. Dalu ist noch mit dabei und Tersti ist auch mit am Start. Let's go. Hallo zusammen. Wir spielen halt, hört sich toll wie immer. Oh, wir müssen angreifen. Das habe ich jetzt die falsche Klasse ausgenommen. Chris, J und Sepp gegen Tersti, Dalu. 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 Dau. Dau. Und den klippen wir rundherweg. Oh, der ist markiert. Ja, irgendwie wird da markiert. Dau ist einer. Einer kommt von oben durch. Oh, wo sind sie? Oben bei B. Durch Türschau, Leute! Das ist der Shit, oder was? Ja, hab ich Dalu gerade easy gemacht. Bei Friendly Fire an, ne? Ja. Ja, die Zeit wird knapp, hat er glaube ich gerade gesagt. Das ist immer der Minuten-Call. Das ist bei uns hinten. Einen hast du? Ja. Ich hab keine Ahnung, wo ich hier hinlaufen muss. Dahin, wo Target steht. Ja. Hat aber nicht das Target. Wobei ich mich in dem Fall auch schon an den Target gelegt habe. Das ist immer noch bei B um. Obwohl ich nicht habe. Die Wege sind ja komplett irre. Guck mal, da sind sie ja beide. Oh, ich muss hier mal weg. Da ist ja noch einer. 20 Sekunden noch, Sepp. Ich bin leer! Plente! Plente! Das war knapp. Oh mein Gott! Und ich war die ganze Zeit an der Bombe am Chillen. Oh Gott! Ich hab mich gefragt, warum der nicht plantet. Du hast gar nicht geplantet, ne? Oh mein Gott, war das fake. Der war doch schon um die Ecke rum, ey. Wallbang. Na schön. Ja. Letzte Sekunde hat er mich. Ich hab auch einen Schuss in den reingezwirbelt. Bang bang, we shut me down. Wacke, wacke. Andere Ausrüstung, let's go. Waffeneinsatz genehmigt. Ich hatte die Bombe ja, wurde auch gar nicht groß angezeigt. Ja, ich hab auch gedacht, ich hätte sie und hatte sie nicht. Das ist Blatt! Oh mein Gott! Granat. Das war krass. Ja, Master Chris. Das war ne gute Granat, muss ich sagen. Oh mein Gott, kommt der von mir an. Ich frag mich, wie Christian mich da noch getötet hat. Sag mal, wer hab ich denn die Blendgranate eigentlich? Wir haben einen Elkku. No way. Kuh, okay. Wir haben auch so nen Backstabber hier. Na guck mal. Der Liste ist da schon gefallen. Das ist schlecht in so nem ganzen. Oh scheiße, das ist schlecht in so nem ganzen. Oh scheiße, das ist schlecht. Da liegt ne Granate im Vorfeld. Oh, habt ihr alle schon? Okay, pass auf. Warte, warte, hier. Sepp. Sepp, komm mal her. Hast du so ne... Ja, die kommt aus dem Vorort, Alter! Soll ich dich anschießen? Oh lol, du hast eben so nen komischen Emotes gemacht. Guck mal, da kommt da auch schon der Bram. Ja, der kann doch einfach keinen Spielspaß verstehen. Wie schlecht ich denn eben geschlossen hab. So nen Lappen, ey. Was soll denn das heißen? Bist du falsch jetzt? Ich wollte kurz hier Emotes machen. Oh, hinter uns! Komm Chris, zeig dich! Der war hinter uns schon im Spawn. Der fand dann nicht so, dass sich das wie Emotes gemacht haben. Der stand schockt Enemy und er macht einfach gar nichts. Ja, der hat mich geschockt noch, ja. Du hast mich trotzdem weggemacht. Ich glaub ich konnte zwei Sekunden nichts machen oder so. Hat er nicht gereicht. Der ist safe schon bei uns gewesen. Ja. Ich glaub ich wäre gar nicht losgelaufen, ehrlicherweise. Test hat ihn am Spawn übersehen, Jay. Mach da immer noch ein Maus. Hm. Komisch hier alles. Du musst dich auf dem Wegen, sonst passiert hier heute nix. Hier oben. Hallo. Ja. In den Arsch mit dem Arsch, ne? Kann ja einfach so durch Fenster laufen, das ist ja mega. Ja. Echt? Das konnte ich vorhin nicht. Oh, da kannst du einfach durchkommen. Ach, das war ne Mine! Ich dachte, das wär die Bombe! Leute! Das war auch die Bombe, aber das war auch ne Mine. Oh mein Gott. Wo du warst. Dann kommst du da auch nicht mehr weg? Hinlegen. Ich soll mich hinlegen vor der Mine, oder was? Ja, die springt hoch und wenn du dich hinlegst, kriegst du keinen Schatten. Ja. Ah. Oder du schießt die kaputt. Verteidigen! So, jetzt geht los, Alter. Let's go, Alter. Bin mal gespannt, was die Waffe hier kann. Türe schließen erstmal. Das war ein Naden. Das war ein Naden. Das war ein Naden. Hä? Den wollte ich eigentlich gar nicht. Linke Seite, Leute. Tram, linke Seite. Uff, tata. Da links, Teste. Und unten. Pass auf deine AP auf, du bist offen von zwei Seiten. Oh, ich bin fast so. Der erste oben wieder. Ne, der andere runtergesprungen. Oh Mann. Da hast du unten gegen den Bomben. Da ist doch Belangen, da dann der andere rettet. Gehört. Oben. Schön. Die Mine. Was? Auf der Treppe liegt da eine Mine? Die Bombe. Ja. Die hab ich da hingelegt. Gut. Die Mine fackt ja komplett ab, ey. Ja, das war gemein. Eine Springmine. Da war aber eine andere Mine. Was ist denn da los? Ja, komm mal hier rein. Zentex Kill. Oh mein Gott. Die sind bei A ja. Okay, alles schnell. Das war wohl gar nichts. Also bei A sind die genauso schnell wie wir. Das ist belastend. Ich blente mal schnell. Also optisch sieht er ja schon gut aus, ne? Ich frag mich gerade, weil ich da aktiviert hab. Keine Ahnung. Gute Frage, Christian. Oh mein Gott. Verzieht quasi. Wieso ruckelt denn das so? Weil meinem Charakter nicht so gut geht. Ja, vielleicht. Christian, du willst aber... Ja, das ist natürlich ein bisschen doof. Ich hatte ihn doch. Ich hatte ihn doch. Ich hatte ihn doch. Ich hatte ihn doch. Mann, Tram, ich hatte ihn. Hast du leider nicht. Ich hatte ihn doch. Oh mein Gott. Also A ist krass. Die sind super schnell bei A. Der B doch auch. Oh mein Gott. Ähm. Irgendwas getan. Da fährt ein Auto rum. Da kannst du abschießen. Was hat mich denn da getötet? Hast du Raketenwerfer? Hast du Raketenwerfer? Mein Schuss in den Kopf. Das hat gerumst wie... Also da ist du irgendwo. Gestern Abend im Bett. So ein Kopfschuss rumst wahrscheinlich auch so. Oh, jetzt ist er unten. Was? Unten bei A. Schön. Oh, nice. Junge, werden wir rasiert, ey. Immerhin haben wir eine Runde geholt. Das wäre unangenehm, wenn es da 12-0 direkt in der ersten Folge gäbe. Ja. Ah, guck mal, da ist doch da, du, Akimbo. Da ist doch Akimbo. Ja, genau so ist doch. Die GS-45. Du kannst Akimbo machen. Du kannst jede Pistole Akimbo machen. Ja, aber geht halt auch, ob die Auto sind dran. Die ist nicht Auto. Ach so. Also meine war nicht Auto. Meine ist nämlich auch nicht Auto. Die kannst du aber einstellen als Full-Auto. Okay. Wir sehen alle, wie es doch Mist. Ah, Drohne Schmone, ey. Die stoppen nicht. Ich bin ja easy weg. Keine Ahnung, ob ich easy weg bin. Keine ist von denen nicht easy weg. Keine ist einer. Oh, der war schön, Christian. Ich hab doch so ineinander gestimmt. Ich will doch nur spielen. So zwei sind unten bei A. Oh, oh. Ach, dass ich dieses Scheiß, der euer Chef gemacht habe. Ah, jetzt kommt der. Ach komm, Dalu. Guck ich da die ganze Zeit hin und dann rechte Seite, push Dalu vor. Haha. Haha. Das ist ganz so nice da, dass du alles sehen kannst. Am Spawn, Dalu. Oh, schon heller. Oh, Junge, du machst mich aber auch weg da. Es bleibt nicht mehr viel Zeit, mach den Sack zu. Ach, wir haben noch einen Karten. Halt, jetzt, jetzt, jetzt. Was? Keine Ahnung, der ist oben bei diesem Steg. Keine Ahnung, wie man das nennt da. Walkway. Walken. Keine Ahnung. Irgendwas. Links. Nein. Schade. Was ist das für ne Bombe, Alter? Was haben wir wenigstens gesehen, dass es mal hier ne Bombe gibt. Kurzgasbombe. Ja. Ja. Die Akimbo-Pistole ist gefährlich. Die hat halt 4 Schuss, aber die macht übelst Damage, wenn sie trifft. Ach, das siehst du auch. Ach, Ausrüstungsringen. Da siehst du. Nein. Ist vielleicht gar nicht so dumm. Ja, man hat doch nicht dieses Hinschmeißen so drin. Ja, du kannst aus 360 Grad, du kannst einen Hechtsprung machen und in alle Richtungen gucken. Aber so dieses Rennen und dann hinspringen, das ist irgendwie bei mir überhaupt nicht drin. Oh. Oh. Warum ist hinten bei A? Ach, wenn du einfach um die Ecke gejumpt kommst. Ja, ich dachte mir, jetzt muss ich das mal ausprobieren mit dem Springen. Oh, das ging schnell. Umbazamba. Geht das? Ja, das ist falscher Weg, der erste. Oh, hier überall. Also, ich wurde von zwei Leuten angeschossen. Komm, das ist unsere. Die müssen wir jetzt holen. Das ist nur fucking Bram. Ja, das müsst ihr trotzdem holen. Mami. Der Dude. Hinten ist vertragen. Oh, schöne Waffe. Holy shit. Bei unserer Seite am Pool. Unten. Naja, andere Seite. Ja, das ist ja weit weg. Da kommt der an. Na. Was war das? Zwei Hits oder so? Das war ja krass. Ja, im Kopf ist One Hot. One Hot. One Hot. Ich habe leider Jay gerade nicht in den Kopf getroffen. Das hilft. Ja. Okay, da pushen die also auf die Spots. Jetzt haben wir mal gepusht. Ja, war auch gerade gar nicht so schlecht. Ich habe einen Stand. Ah, okay. Das ist eine schlimme Ladung. Aber ich finde es trotzdem schön, dass es nicht mehr als zwölf Animationen gibt. Aber hier gibt es Geheimgänge und so. Habt ihr die auch schon gefunden? Oh, fuck me. Also, was passiert, wenn man die Security aktiviert hat? Verstehe ich die Frage. Dann fahren die Fenster runter. Ah ja, dann ist B abgeschottet, ne? Ja. Einer war A. Was passiert hier? Was passiert hier? Spiel! Ja! Nein! Die Waffe war leer. Oh mein Gott. Die Waffe war leer. Ich weiß nicht, ob er da eine Sprengmine gelegt hat. Aufschalten. Oben bei B-Wara. Da kann er ja gerne sein. Ach, diese Huren-Sprengmine. Oh stimmt, man kann die Loders ja jetzt sogar noch bearbeiten. Echt? Hm? Naja. Die Zeit ist fast um. Beendet es. Die Zeit ist fast um. Jetzt oder wie? Komm da, du zeig dich doch mal. Ich bin, ich bin hier. Das glaube ich nicht. Das glaube ich dir nicht. Walle ist im Blick. Aha. Ich bin mir da nicht so sicher, ob du alles im Blick hast. Blick am Arsch. Feinde haben die Bombe platziert. Wie du es gesehen hast dann und du spielst mit ihm. Du bist so ein Arsch. Dann lass ihn doch. Er weiß ja, er hat absolut keine Ahnung, wo ich bin. Alter, what the fuck, ey. Wenn du das jetzt nicht holst, ne? Wie cocky kann man sein? Er kommt doch aus dem Fahrstuhl. Oh mein Gott. Legt der Strecke einfach weg hinter den Tisch, ey. Mann! 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 Komm mal rein hechten in den Raum. Gucken von wo er geschossen wird. Du brauchst so geile Minen, ey. Er hat keine Minen, er braucht schon Minen. Siding Switch. Du brauchst uns zu zerstören. Ja, freundlich jetzt aber. Wir haben einiges geändert. Und... A Push. Hat er mich. Scheiße. Bei uns auf der Seite zwei Stück. Bram ist da. Schuss da. Oh mein Gott. Der lebt doch schade, weil ich dachte, du hast. Ich dachte, ich habe auch gehört zu schießen. Ich dachte, der ist tot. Markier doch. Wie markier ich? Ich bin Held. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass er stirbt. Ja, ich habe auch damit gerechnet, dass er stirbt. Ich habe sogar aufgehört zu schießen. Mein Magazin war leer. Also ich fand, ich war schon voll auf dem Kopf drauf. Mit der Pistole da noch. Die Schüsse waren alle auf dem Kopf drauf. Das war Knäppchen, ey. Nein, ey. Eine sichere Geschichte. Ei, Sir. Haben nämlich alle Granaten hier rausgeworfen. Pimmelnasen. Oh, das ist unkwollend. Da hat das Auto jetzt wieder entnervt. Hab ich. Wie macht man das eigentlich? Ich habe gerade gesehen, Junge. Wie nutzt man das mittlere Item? Der X. X. Natürlich. Einer ist doch bei denen am Spawn. Rennt über links. Ja, von hinten. Oh no. Oh no. Oh no. Definieren wir von hinten. Oh. Schockt. Das ist mein Magazin immer so schnell. Der hat den Schuss oder was? Der ist außer Pool. Okay, ich bin weg. Dann durch. Schockt Enemy im Tossi. Das kann nicht wahr sein. Nice. Mit Geschrei. Arschloch. Boah, das sagt der Arschloch, ey. Im Aufzug war... Da liegt die Bombe. Im Aufzug liegt die Bombe. Ich habe da eine Mine drauf gelegt. Seine Mine liegt da auch. Da liegt eine Mine auf der Bombe? Ja. Nein. Oh mein Gott. Es geht bei uns ab. Piano. 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 So le mio. Ach man, ey. War was anderes ab. Jetzt aber schnell, Dalu. Die Bombe muss geplantet werden. Du musst ja auch erst mal holen, ne? Wie gelassen. Die Bombe hat die gut verloren. Schade. Einmal die Runde gelaufen. Einmal die Runde gelaufen. Ah, Jay sieht alles. Ich sehe alles. Das ist verarschend. Ich dachte, du hast unten bei der Bombe gekämmt. Natürlich habe ich nicht an der Bombe gekämmt, weil die halt so offensichtlich halt da... ...dass man da ist. Boah, direkt aber der Aim-Lock. Also die ersten zwei haben schon eine gute Auer gemacht. Oh. Es gibt geil, dass es wieder nur sechs von diesen Anzeigen fällt. Ja, das meine ich ja vorhin doch. Das ist so gut. Wir wurden nicht designed. Ich brauche ein großes Magazin. Wie nimmt man denn wen als Geisel? Ich will den von hinten nicht direkt messern. Ich will den greifen. Wie greift ich wen von hinten? Die Info brauche ich kurz. Ich gehe rechts. Okay. Am Spawn? A sind die bei. Die sind nicht alle! Alle sind A. Alter, was ist das für ein Goal? Mann, nee. Der andere war B. Ja, super. Oh nein, jetzt messerst du mich. Nice. Der andere war B. Ja, war dich ein bisschen schade für mich, ehrlich gesagt. Ja, du hast eigentlich einen Ausrüstungsgegenstand, der besagt, dass du aussiehst wie die anderen Teammates. Den habe ich gerade benutzt. Ich werde sehr interessiert, ob das funktioniert hätte. Ja, alles. Alles du. Alles du. Alles du. Alles du. Alles du. Das ist ja geil. Aber du hast doch dann trotzdem nicht über dem Kopf die Anzeige. Weiß ich nicht. Du bist in dem Team. Das wäre aber wild. Du musst mal erstmal checken, ne? Naja. Einer ist A. Ich habe ja aber einen abbekommen. Boah. Sehr gut. Das ist low. Da ist noch einer, die ist hochgelaufen. Der ist runtergefallen. Oh mein Gott, Bram. Ja. How did you do that? Aua. Dalu unten am Pool. Aua. Aua. Wieder dieses fucking Run-on-Rine mit Dalu. Der kommt aber auch random irgendwo immer her. Da nennt man Movement. Ja. Ich meine, das kennst du nicht. Die Zeit wird knapp, reißt euch zusammen und sichert es hoch. Oh, ich hab in der Pool gesprungen. Ja, ich hab in der Pool gesprungen. Da steht aber auch an der Ecke vom Pool. Da musst du das aber auch nicht atmen, wenn du gegen Dalu spielst. Hast du mich gesehen, wie ich gesprungen bin? Ja. Ja, ich hab in der Pool gesprungen. Ja, ich hab in der Pool gesprungen. Ja, ich hab in der Pool gesprungen. Das ist okay, Arne. Röchentlichbar ist einer. Ganz rechts. Der Feind hat die Bombe platziert. Oh, jetzt wird es nochmal hart. Oh, hinter uns. Bei uns am Spawn. Der ist er. Am Pool. Am Pool. Nee, nicht. Nein. Oh, come on. Die Schockfalle ist übel, ey. Die haben ein richtiges Comeback hier. Der Alo hat auch Rückenschmerzen vom Carry, ey. Deine Teamleistung. Guck mal, er ist voll drauf. AJ, du hast auch den Rucksack voll, also so ist ja nicht. Das stimmt nicht, bei uns ist das viel ausgeglichener. Was heißt denn, du hast den Rucksack voll? Ja, da hat sich irgendeiner eingeschissen oder so. Genau, hat sich nicht mehr eingeschissen. Das muss es sein, ey. Klingt jetzt nicht so gut. Oh, zwei linke Seite, oh was. Okay, wir sind gerade Spieler-Vorteil. Zwei linke Seite ist aber unangenehm. Die kamen beide gleichzeitig um die Ecke. Ja, ganz wichtig. Die waren beide eigentlich auch geflasht, also... Das ist frech. Keine Ahnung, was das sollte. Über uns. Das heißt, die sind unter uns. Du bist so ein Detektivo. Ein Fuchs. Aber wo unten sind die denn? Weiß ich nicht. Ah nein. Wie kann man denn da was anderes außer den Kopf treffen? in der Umhänge? Da oben. In der Umhänge. Hör dich. Seh dich. Warte. Wo sind die denn? Das war der Bombe. Ich hab den da nicht gesehen. Ich hatte ja keine Zeit mehr. Ganz hinten anscheinend. Wenn man nicht den Dalu haben, müssen wir eigentlich offensiver gehen können. Macht mir Sorgen. Da war es aber voll drauf, oder? Die Sachen. Mit dem ersten Schuss. Das war ja nur, um auf dich aufmerksam zu machen. Aber das ist doch egal. Am Ende ist er nur wichtig, wenn er geklappt hat. Das stimmt. Am Ende zählt der Sieg. Alter. What the fuck? What the fuck? Passiert? Ja. Hier rein. Ich komm's. B. 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 Zwei Stück. Der Pläne sind auch B. Noch ein Flüchtiger übrig. Okay. Oh, nicht schön, hab ich mich da sprocken. Kommt das oben auf dem Dach? Hier Fenster. Balkon. Ja. Schön. Ich hab keine Ahnung, wo man da kommt bei B. Ich hab den Eingang verteidigt. Auf der Seite. Scheiße. Ach, scheiße. Du standest da oben auf dem Dach. Kann ich denn von dem Fahrstuhl aus nach B direkt hoch? Äh, der Fahrstuhl bringt dich auf den Spot. Ja. Ich kann den auch nutzen. Ja. Du kannst hier nur Seil hängen. Ah. Genau. Du kannst klittern oder Seil? Das Seil habe ich eventuell noch nicht benutzt. Das Zielobjekt wäre nicht gut. Achso. Und noch nicht vernommen, dass man das nehmen kann. Ich hab ihn nicht mal getroffen. Der ist am Pool auf der Überdachung. B wird gepusht. B ist gepusht. Nein, da liegt einer im Raum. Was? Hättest du dir mal vorher gemacht, hätte Sepp nicht killen können. Ich hab den nicht gesehen. Oh, je, je. Oh Gott, Alter. What the fuck? Was? Feindlicher Aufklärungspuls entdeckt. Jetzt macht er zu. Wir bereiten die Bombe vor. Hör auf da bei B zu planen, das ist unfair. Dann ist aber einer unten am Fahrstuhl gewesen, ne? Moment noch. Oh, shit. Er ist low gerade. Nein. Hallo, Alter. Ich hab den nicht mal... Du konntest mich nicht sehen, oder? Nein, nein, du konntest mich nicht. Ich hab so deinen Arm, deine Hand, deine Waffe gesehen und so. Ja, belastend. Ei. Was haben die denn da für Pappmaché-Wände? Ah. Naja, Pappmaché war das nicht. Er hat schon ziemlich die Hand getroffen. Naja. Jetzt kannst du das nicht schießen. Und durch so Kartons oder so. Nicht mal durch Pappmaché-Wände. Letzte Runde eventuell. Nein. Ah, letzte Runde. Für mich gut einsteig. Letzte Runde. Dachte er eventuell. Oh, oh. Mega geil. Das heißt, Dalu ist am Spawn, ne? Spawn ist hinten rechts am Spawn am Pool. Boah. Da hat er mich geschockt. Ja, da keine Chance. Das hab ich wenigstens. Keine Chance. Ja. Da ist einer. Und da. Ja. Da wo? Ja, ja, ja. Du musst markieren. Du musst markieren. Nee, danke. Oh, Mann. Ja, die bringt dir nix. Doch. Du bist nicht... Ich bin doch kaltblütig. Ach, ihr habt doch kaltblütig. Oh, lol. Oh, mein Gott. Einen von euch hab ich gesehen. Das war ja richtig dumm von mir. Ja, gut. Du hast mich dann gesehen, aber was? Die Zeit wird knapp. Reicht euch zusammen und sichert das Ziel. Ich hab doch kaltblütig. Also... Bei uns, bei mir im Spawn. Ja, aber kaltblütig halte ich als Fähigkeit. Ist das dann nichts? Ja, aber es gibt zwei. Ghost musst du wahrscheinlich nehmen. Aha. Kann sein. Es gibt einmal für Ausrüstungsgegenstände und einmal für, äh... Es gibt einmal für Ausrüstungsgegenstände und einmal für, äh... Ach so... Alter, das Halo. Ich glaube, mein Bildschirm wurde auch Geld noch nicht angeguckt hat. Kann das sein? Äh, ja. Das kann sein. Das gibt es. Scheiße. Das wär doch schlimmer. Der Wind macht doch Alarm. Alter, hast du gehört? Ja, ich war so... Hä, war ein bisschen... Hab ich irgendwie... Weiß ich nicht... Die Gelbbrille auf? Ja. Ach... Ach... Aber das macht auf jeden Fall mehr Bock als die Beta. Also die Beta fand ich ja echt scheiße. Aber... Vom Gameplay ist das eigentlich ganz gut an. Nicht gutes COD. Also ich wüsste nicht, was man da jetzt großartig ändern sollte. Ja. Ey, ich bin... Ich bin überrascht. Wir sind überrascht. Absolut. Ey, wenn es euch gefallen hat draußen, lasst uns wissen. Wir liken und aufrufen, dann machen wir mehr davon. Deswegen haut rein. Bis dann. Und tschüss. Tschüss. Tschüss.